Hey Leute, ich bin's Crystal, das Demona, und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Haul-Video. Als allererstes möchte ich euch etwas Besonderes zeigen. Ich habe mir eine eigene Corsage hergestellt. Dafür habe ich mir diesen wunderschönen violett-roten Panettam gekauft, um in der Mitte das auszufüllen. Da, wo dann auch die Schnürung ansetzt. Also wie gesagt, ein sehr schöner, weicher Stoff zur Verarbeitung. Vielleicht etwas schwierig, da er auch leicht elektrisiert. Nun ja, das Ergebnis wird für sich sprechen. Ich werde es euch nun mal zeigen. Nun, dies ist meine selbstgemachte Corsage. Ich habe diese Kettenanhänger noch von meinen Dämonia-Schuhen übrig gehabt. Die habe ich dann einfach da drangenäht. In der Mitte eben dieser schöne Panettzend. Dann oben diese kleine Kreuzanhänger. Und hier die Schnürung, die hatte ich übrig von einem Rock, der zu lange Bändel hatte. Und die habe ich dann einfach da drangenäht. Das sieht auf jeden Fall besser aus, wenn man es trägt. Dann mache ich gerade mit der Kleidung weiter. Ich habe ein kleines, schönes Top gekauft. Ebenfalls mit Frontschnürung. Das wäre dieses hier. Das ist sehr verspielt mit dieser schönen Spitze hier oben. Und auch die Träger haben diese kleine Spitze. Und auf jeden Fall finde ich es sehr schön. Eben mit diesen Applikationen und diesen kleinen Sicherheitsnadeln. Das lässt es also wirklich sehr besonders erscheinen. Und auch auf der Rückseite. Ebenfalls die Korsett-Applikation. Und genau wie vorne die Sicherheitsnadeln. Zu diesem Top gab es gratis. Zu diesem Top gab es gratis diese schöne viktorianische Halskette. Mit dem schwarzen Stein dazu. Zunächst war sie mir etwas zu schlicht. Aber nachdem ich sie ein paar Mal getragen hatte, fand ich sie eigentlich doch sehr, sehr schön. Und sie passt auch zu meinem sonstigen viktorianischen Style. Neben dem viktorianischen Stil finde ich auch den Mittelalter-Look sehr, sehr schön. Und da habe ich mir diese Mittelalter-Corsage oder Corsagen-Top gekauft. Das wäre dieses hier. In weinrot. Vorne mit sehr weichem, schwarzem Samt. Seitlich mit dieser schönen Schnürung. Die Ärmel komplett aus Spitze. Das hat vorne noch eine kleine Fingerschlaufe für die Mittelfinger. Also auch sehr schön. Was ich dazu sagen muss, diese Ketten. Die waren nicht von vornherein daran befestigt. Die habe ich selbst dran gemacht. Einfach damit es noch ein bisschen auffälliger und ein bisschen schöner wirkt. Auf der Rückseite ist es ebenfalls mit Spitze überzogen. Ebenso wie vorne. Nun komme ich zum Schmuck. Etwas, das ich im Internet entdeckt habe und wirklich wunderschön finde und unbedingt haben wollte, ist eine kleine oder eine eher große Halskette von Restyle. Also Restyle hat ja wirklich sehr, sehr schönen Schmuck. Und nun, ich zeige es euch einfach. Das ist dieses Bad Wings Collier, wie man es nennen mag. Mit diesen Fledermausflügeln und einem violetten Stein. Den gab es noch mit einem schwarzen. Und hier unten, der Stein ist jetzt aber bei beiden schwarz. Also wer die Variante bevorzugt. Ich wollte es mit dem violetten Stein, damit es auch etwas auffällt. Natürlich kann man diese Kette eher bei Ausschnittoberteilen tragen, wo man es dann hier oben hat. Weil, also wie gesagt, schwarz fällt ja nicht wirklich auf, auf schwarzer Kleidung. Und das trägt man dann eher bei Ausschnittoberteilen, da eine schwarze Halskette auf schwarzer Kleidung sonst nicht wirklich auffällt. Auch der Stein wird da nicht viel helfen. Aber wie gesagt, also in diese Kette bin ich absolut verliebt und sehr froh, sie gekauft zu haben. Dann habe ich mir noch zwei Paar Ohrringe zugelegt. Zum einen diese kleinen viktorianischen schwarzen Schmuckstücke, bestehend aus kleinen filigranen Steinen. So, weiterhin habe ich noch dieses Paar Ohrringe. Auch wie ich finde, sehr, sehr schön. Eben durch ihre Vielseitigkeit, durch dieses kleine silberne Kreuz, silbernen und schwarzen Steine, sehr kreativ gestaltet, wie ich finde. Und eigentlich auch sehr, sehr schön. Dann habe ich mir noch erneut mein Lieblingsparfüm von Parfüm Noir gekauft. Das ist Vampire Romance. Eine Mischung aus Patchouli und Opium. Wer diesen Duft halt... Also diesen Duft, den muss man mögen oder eben nicht. Patchouli sagt nicht viel hinzu. Aber eben diese Mischung mit Opium, das ja diesen süßlichen Geruch hat und sich zusammen mit diesem eher herben Duft von Patchouli vermischt, das macht eben diese Mischung ziemlich einzigartig. Und ich finde, es riecht sehr, sehr angenehm und auch stark. Also es hält bei einem längeren Zeitraum hinweg. Und ich finde, das sollte es auch. Dann habe ich mir noch zwei weitere CDs von Asp gekauft. Eher etwas ältere. Das wäre einmal Aus der Tiefe und Weltunter. Eben auch das gleichnamige Lied Weltunter gefällt mir sehr, sehr gut. Und natürlich auch die restlichen Lieder. Und da ich ein Sammler bin von solchen Artikeln, habe ich mir noch eben zwei weitere CDs zugelegt. Nun kommen wir zu meinen beiden letzten Dingen. Das wären zwei Filme. Zum einen der Film The Color of Magic, die Reise des Zauberers. Es geht eben, wie gesagt, um diesen Zauberer Rincewind. Der trifft auf den Touristen zwei Blumen. Und sie begeben sich auf eine geheimnisvolle und gefährliche Reise. Darunter treffen sie auch Drachen, weitere Zauberer. Conan, den Barbaren, eine bekannte Figur von Babadi Howard. Und ja, es ist halt ein Film voller Magie und Fantasy. Der Film ist ab sechs, also schon für Kinder eigentlich. Aber ich finde, das kann man auch anschauen, wenn man älter ist. Und ich finde, dieses Fantastische, diese Reise und die Welten, überhaupt alles, was sie sehen, das ist richtig, richtig schön gestaltet. Und da kommen natürlich auch ein paar düstere Aspekte. Zum Beispiel der Tod, wo auch eben das Zeitglas, also die Sanduhr von Zwei Blumen und Rincewind in der Hand hält und ihnen auch zeigt, dass eben ihr Leben nicht ewig wird. Und aus dessen Welt sie auch wieder entkommen müssen, wenn sie sie einst betreten haben. Ja, es ist eben ein Film voller Magie und es ist absolut schön anzusehen. Und dann kommen wir zu einem Kultfilm, den jeder kennen dürfte und auch viele mögen. Das wäre The Crow mit Eric Draven, gespielt von Brandon Lee. Der leider auf tragische Weise verstarb, ebenso wie in einem Film. Er hatte vor zu heiraten, wie auch seine Filmfigur, und starb vorher. Das ist eigentlich ziemlich tragisch, ebenso wie die Geschichte. Also Eric Draven kehrt aus dem Reich der Toten zurück, um den Tod seiner Verlobten und ihm zu rächen. Begleitet wird er von einer Krähe, die ihm aus dem Totenreich zurückholt. Er kann dann durch ihre Augen sehen und rächt sich eben an seinen Mördern. Also das ist ein Film, der kommt alles drin vor. Gewalt, Sex, Blut, Tod, wirklich alle Themen. Daher ist er auch ab 18 und auch wenn er sehr melancholisch ist, finde ich ihn doch wirklich sehr wunderschön. An einigen Stellen natürlich auch traurig, wo man auch weinen kann. Aber es hat einfach diesen Wow-Effekt. Es ist einfach eine wundervolle Geschichte. Und ich bin ja auch ein Fan von Krähen und Raben. Und das macht das natürlich noch mehr besonders. Und es ist auch ziemlich Gossiplastik, also ein ziemlicher Kultfilm. Und man sollte ihn auf jeden Fall gesehen haben. Also mich hat das sehr bepreistert und berührt. Und eine Gleichkeit, die ich noch vergessen habe, das wäre dieses wunderschöne Halsband mit einem Herz. Das war mir anfangs viel zu groß. Daher musste ich einen weiteren Verschluss anfertigen lassen. Da es mir aber nun passt, finde ich, hat es sich doch gedohnt. Und mir gefällt es nun sehr, sehr gut und liegt auch angenehm an. Ja, zuerst mal wundert euch nicht über mein Aussehen. Ich habe vorhin noch ein Dämonen-Video gedreht und bin dementsprechend noch in der Maske. Ich wollte noch ein paar Kleinigkeiten zeigen, die ich vergessen habe bei meinem Haul. Also was heißt vergessen? Ich habe sie erst später gekauft. Beziehungsweise sie wurden nicht rechtzeitig versendet. So, allererst einmal wäre das dieses wunderschöne Longsleeve von Darkseid. Es ist aus violettem Samt mit transparenten Bettärmeln. Vorne weist es diese kleine Schnürung auf. Die kann man je nach Belieben weiter und enger schnüren. Das ist top-white. Ich habe das Oberteil gekauft, das mir wirklich sehr gefällt und auch sehr, sehr preisgünstig war. Dann komme ich zu einem Stück, das ich wirklich schon seit über drei Jahren begehre und mir nun endlich mal leisten konnte. Das wäre diese wunderschöne Kette von Alchemy Gothic. Da sie aus echtem Silber ist, ist sie dementsprechend nicht gerade preisgünstig. Ich finde sie wirklich wunderschön mit diesen violetten Steinen. Das passt wirklich super schön zu dem Silber. Und dieses graue Band. Das wäre dann so. Also das ist je nach Länge verstellbar. Sehr praktisch, wie ich finde. Das weitere auch etwas, das ich schon etwas länger haben wollte, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund noch nicht gekauft hatte. Das sind diese Skeletthand-Haarspangen, wie sie auch viele Frauen in der schwarzen Szene besitzen. Sozusagen ein Kult-Ding, ein Must-Have, wie auch immer. Also ich finde sie sehr, sehr schön. Wollte sie eigentlich ursprünglich in Grün haben, in diesem Giftgrün. Aber Violett fand ich jetzt eigentlich auch sehr, sehr schön. Und da ist auch meine, dem schwarzen meine Lieblingsfarbe ist, habe ich mich für Violett entschieden. Zu guter Letzt habe ich noch eine Sanduhr. Da ich wirklich ein Fan von Sanduhren bin, ich finde diese Stundengläser einfach überaus faszinierend, wie sie, da sie ja indirekt auch verkörpern, wie das Menschenlebenszeit abläuft. Und ich finde, man kann da ziemlich viel reininterpretieren. Und ich finde sie einfach etwas Magisches. Das wäre jetzt diese hier, mit diesen kleinen Totenköpfen und einem Bronzufarben im Sand, auch etwas schimmernd. An der Ober- und Unterseite dieses Pentagramm. Ja, also wie gesagt, wer ein Fan von Sanduhren ist, dass wir das nachvollziehen können. Andere halten mich vielleicht für verrückt, aber jeder hat doch seine geheimen Vorlieben. So, das war's für dieses Haul. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehe ich euch in meinen nächsten Videos. Bye!